Hallo, ich bin Conny Schmidt. Ich bin die erste Vorsitzende seit circa neun bis zehn Jahren bin ich jetzt schon im Amt. Ich bin seit 1993 Mitglied in diesem Verein. Dieser Verein sagt mir sehr, sehr gut zu, weil der wirklich hundertprozentig vereinsintern eine gute, ausgelassene Art am Wochenende bietet, wo wir alle Spaß dran haben, hier auf unserem jetzigen neuen Gelände wirklich wieder schöne Wochenenden mit unseren Hunden zu verbringen. Dieser Platz ist jetzt ab 31.08. unser, den wir wieder voll nutzen können. Dadurch, dass wir jetzt in Langförden unseren Hauptsitz haben, ist unser Name, Vereinsname geändert worden auf Hundesportverein Lohne Langförden. Und durch die andere Gruppe durch. Beide Gruppen kehrt. Beide Gruppen sitzt. Hallo, ich bin Christine Mucker, auch hier Mitglied im Hundesportverein, seit 15 Jahren jetzt auch schon. Und als Schriftführerin bin ich dort im Vorstand tätig, jetzt auch schon seit ungefähr zehn Jahren. Bin jetzt mittlerweile mit meinem zweiten Hund hier. Wir haben hier im letzten dreiviertel Jahr umfangreiche Arbeiten gemacht. Das heißt, wir haben den gesamten Ascheboden abgetragen, weggebracht. Wir haben zig Tonnen neuen Mutterboden aufgefahren, alles planiert, Rasen eingesät. Wir haben dort viele Helfer gehabt, die jetzt im trockenden Sommer den Rasen eben auch bewässern mussten. Jetzt sind wir dabei, die Zäune aufzustellen. Da sind wir jetzt so gut wie fertig damit. Im Vereinsheim ist so gut wie alles fertig, sodass wir jetzt die letzten drei Wochen nur noch für ein bisschen Feintuning hier auf dem Platz nutzen möchten. Und dass wir dann am 31.8. endlich dann hier das Training aufnehmen können, und da freuen wir uns alle schon riesig drauf. Hallo. Hallo. Alles gut? Ja wunderbar. Und du sabberst schon wieder, gell? Peter Peß. Ist gut, genau. Super. Oh, ganz toll machst du das. Wunderbar. Frau Präsidentin. Oh, Gottes Willen. Alles gut? Ja. Heute sind so viele Begrüßung hier.